Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Nach einer unglaublichen Vorbereitung werten wir in fünf Minuten mit dem Spirit of Band 2021 anfangen. Das Thema ist klar, das neue Normal folgende Pandemie. Für jeden hat es etwas dabei. Unglaublich interessante Sessions haben wir am Morgen. Vier nebeneinander und dann noch eine zweite Serie von vier parallelen Sessions. Und dann am Nachmittag natürlich in der grossen Arena bei der neuesten Technologie mit LED-Wand werden wir über die medizinischen Aspekte reden, wir werden über die gesellschaftlichen Aspekte reden, über Politik und Wirtschaft. Absolut hochklassige Referentinnen und Referenten, unser bewährter Moderatorinnen-Team Andrea Fetsch und Sonja Hassler. Also da könnt ihr euch freuen. Und das Beste kommt am Schluss nicht. Es ist erstmals ein Hybrid-Kongress. Das heisst, die Leute, die vor Ort sind, rund 500 Personen, ist die eine Seite, das andere ist online. Das heisst Livestream und On-Demand-Stream, Zeit verschoben für drei Monate. Es ist die neue Art, wie man in Zukunft solche Anlässe machen will. Wir freuen uns riesig. Der Aufwand wird sich lohnen, bin ich überzeugt. Und ich wünsche Ihnen allen viel vergnügen. Ein 몇 l semester. Hey, einenller-Denberg durch! �BIG